Mein Name ist Heinrich der Löwe, willkommen zum Kanal Info-Video, so eine kurze Info für Zwischendurch. Wir wollten doch mal so eine Laber-Runde machen. Wir haben uns das gedacht, wir machen das jetzt mal diesen Sonntag. Und zwar um ca. 18 Uhr. Vielleicht auch ein bisschen eher zum Testen, wie die Verbindung ist. Ja, was wir genau machen, weiß ich selbst noch nicht. Wie das Ganze ablaufen soll, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall online. Ja, wir haben uns da schon zwei, zwei Sachen Gedanken gemacht, was wir machen. Aber vielleicht habt ihr andere Vorstellung. Wir sind einfach da. Und wenn ihr irgendwie auch Fragen habt, mit uns kommunizieren wollt, gerne dann ab in den Chat. Und wie gesagt, das wird alles auf YouTube stattfinden. Falls doch auf Twitch, muss ich nochmal gucken. Ich werde es vorher nochmal testen. Schreibe ich es nochmal unter dem Video. Aber ich gehe davon aus, es wird auf YouTube stattfinden. Ein Stream. Na? Gut, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Ideen, Anregungen habt, schreibt es hier drunter unter diesem Video. Ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns. Nein, sehen nicht. Aber wir hören uns am Sonntag. Also haut rein. Bis dann. Ciao.